Leute, heute kriegt ihr eine richtig krasse Challenge, und zwar die Candy Kiss Challenge. Wie die funktioniert? Es ist super easy. Ich will das mit spielen mit Enisa, das bedeutet, wir haben mein Lolli, müssen ihn lecken, hört sich ein bisschen komisch an, und der andere muss durch Küssen erraten, welchen Geschmack das ist. Super nice, wird super lustig und verpass auf keinen Fall. Schau es dir bis zum Ende an, denn das wird richtig nice. Und nicht vergessen, abonnieren, falls du nicht gemeldet hast. Wir sind schon über 4 Millionen, das machst du super easy. Dann klick auf den Abonnier-Button und dann klick auf die Böcke. Aber bis dahin, viel Spaß mit dem Video. Also Nisa, hi. Hallo, hallo. Hi, hallo, kommst du denn, hi. Hi, hi. Heute machen wir eine Kusch Challenge. Kusch. 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 Auf jeden Fall machen wir eine, oh, eine Kusch Challenge. Lollis erraten, simpel, ja? Aber Leute. Das ist ganz kurz, ich habe ja eben schon erklärt. Warum mache ich so ein Video, auf dem du weißt nicht, worum es geht, wenn ich dir eh gerade erklärt habe, schon vor dem Video, was wir machen. Aber weißt du, was das Schlimmste ist, Leute? Er wollte ein Video machen, aber er hat mich einfach nicht introduziert wie die nette Dame. Oh mein Gott. Okay, ich bin hier mit der netten Dame. Oder? Dank Gott, er hat das nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, ob man durch Küssen Geschmäcker erraten kann von Lollis. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich hole mir jetzt eine Lolli. Deine Lolli? Wir können auch meine Lolli binden. Nein, Quatsch. Ich nehme es eine Lolli. Nicht schummeln, mach deine Augen zu und du musst erraten, was für einen Geschmack ich habe. Okay? Okay. Nicht gucken, Alter. Oh, Leute. Was ist das denn für eine Logik, Alter? Direkt schummeln, hallo? Ich bin die Schummelerin, er weiß das. Nein, YMG, ich habe eine Idee. Auf jeden Fall kann er das jetzt hören. So schmarrt bin ich. Okay, ich habe eins. Guck weg. Weggucken, Alter. Aber schummelst du. Ich weiß nicht. Guck auch nicht in die Dings rein, da in die Kamera. Das ist doch trotzdem vielleicht. Augen zu einfach. Also, erste Lolli am Start. Das ist... Bing. Okay, Leute, ich gucke erst mal nicht. Schmeckt das gut, oder? Eigentlich ja. Du machst ein bisschen an meinen Lippen. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Die beiden mal zurück. Und du musst erraten, was für einen Geschmack das ist. Okay, bist du ready? Du kannst die Augen aufmachen. Ich habe die nicht mehr. Okay, einfach küssen. In drei. Oh, mein Gott. Ich muss den küsse. Okay, Leute. Drei, zwei, eins. Wie mache ich das? Entschuldigung, was ist das? Das war schon richtig so ein Amateurkuss. Auf einmal kannst du nicht mehr küssen, oder was? Was war das gerade, Alter? Das ist so awkward. Ich merke es schon, als ob wir noch nie geküsst haben. Ich schmecke nur mein Lippengloss und Lip-Liber von Douglas. Oh, geil. Ich habe immer sein Leben ein Apfelsinen-Lolli gegessen. Ich weiß nicht. What the hell, Alter? Apfelsinen-Lolli? Nein, aber Leute, ich weiß, diese schmeckt wie Orangensaft. Dann ist es wahrscheinlich Orange und kein Apfelsin. Ja. Aber das... Apfelsin-Lolli? Ernsthaft? Du sagst, okay, eingeloggt ist aber komplett falsch. Ich habe vergessen, Apfelsin und Orange ist die gleiche. Apfelsin und Orange ist das gleiche? Apfelsin. Was sagst du jetzt? Was ist dein Letzte? Orange. Orange? Orange. Orange? Orange. Ja, das war Orange. Ein Punkt geht noch nicht auf jeden Fall. Apfelsin, Alter. Ich glaube, es hackt. Ja, Apfelsin. Apfelsin ist Apfelsin, Orange ist nur Orange. Tomate ist Tomate. Nein, Tomate. Was für Apfelsine, Alter? Los, nimm dir einen Lolli. Nimm dir einen Lolli. Okay. Okay, Leute. Okay. Guckt nicht, okay? Nee. Runde 2 ist gerade hier am Schlüssel. Okay. Jetzt muss man diese Scheiße öffnen, Leute. Ey, das dauert ewig. Ich habe auch schon gemerkt, eben gerade so Lollis öffnen und so. Das ist echt nicht wach. Oh, das ging schnell. Oh, geil, Leute. Warte mal, nicht gucken hier. Ich muss erst mal einen Orange wegmachen hier. Leute, ich habe die Verpackung. Seht ihr mich? Okay. Ihr seht, das ist diese Farbe, Leute. Joking. Runde 2 werde ich es erraten. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ich das schaffen werde. Zuraten, was sie hat. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ja oder nein. Und die Richtigen waren richtig. Das ist nicht schwer. Ich habe die Farbe gesehen. Aber ich nicht. Ja, aber nicht du. Aber die. Die müssen aber nicht raten. Ich muss raten. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Okay, ich habe mir das leichter vorgestellt. Erdbeer. Oh. War es richtig? Oh, mein Gott. You know what it is. Ja, weil ich das vereinfacht habe. Das ist. Orange Erdbeer. Oh, aber warte. Das ist nicht mehr der richtige Erdbeer. Das ist ein Fake Erdbeer. Wir haben nämlich einen Erdbeer, weiß ich. Und einen irgendwie ein Mix. Weil es rot und weiße. Nein, das ist Erdbeer. Das weiße ist kein Erdbeer. Kann man das sehen hier? Das ist kein Erdbeer. Das ist. Erdbeer. Okay, ein Punkt für dich, ein Punkt für mich. Ich will diese Essen später. Kannst du ja machen. Nicht so wegpacken, so alle deine Haare, Pübhaare. Ist doch geil, Alter. Pübhaare. Ich mache noch so einmal schön durch meine Arschritze durch. Da ist auch noch ein paar Härchen dran. Und die Reste von die Toilettenpapier. Reste von Toilettenpapier. Super. Okay, meine Runde. Auf geht's. Mach deine Augen zu. Ja. Du müsstest gleich noch ein bisschen mehr romantisch küssen hier. Okay, okay. Leute wollen doch was sehen, weißt du? Ein bisschen mehr lecker. Weil die ganzen Pornoseiten von den Kissen gesperrt. Das heißt, du müsst... Oh mein Gott. Wir müssen hier ein bisschen mal bei uns was zu sehen bekommen hier. Wir ziehen uns einfach gleich aus, Leute. Wenn ihr wollt, dass wir ein Video machen, wo wir uns komplett nackt aussehen, gebt jetzt einen Daumen hoch. Die Nudisten. Bei drei Daumen hoch. Drei Daumen hoch Nudisten, äh, Nudist-Video. Ey, du hast geschummelt, hast du dir das? Nein, ich bin so blind, Leute. Ich trage Brille. Ich habe keine Ahnung, was du hast. Okay, Augen zu, Augen zu, nicht schummeln. Leute, wir haben jetzt hier... Ich zeige einfach die Überhüllung anstatt das Ding selber. Niceness. So, den haben wir jetzt. Werde ich jetzt mal dutschen. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, ne? Nicht schummeln. Oh mein Gott, das ist so pervers. Pervers. Oh mein Gott. Ey, der war aber echt geil, Alter. Seid ihr die Augenweide befreit? Die sind befreit. Ja, okay. Bist du ready? Ich bin ready. Die Spannung steigt. Wird das derjenige... Sorry, ich habe mich irgendwie verstockt. War das die Loli fest in deinem Hand, oder? Okay, drei, zwei, eins. Warum schmeckt das an Gurke, Leute? Nach Gurke? Die Gurke wahrscheinlich, weil ich mir eben noch nicht die Zähne geputzt habe. Aber ansonsten... Du hast nur einmal. Ah, scheiße. Das musst du sagen vorher. Okay, einmal hast du noch. Einmal auf Chance. Melone. Oh no! Lachen wir mal. Melone, Gurke. Diese, diese erfrischenden Gespanse. Ja, ich habe auch gedacht. Erstmal dachte ich so, hä, Gurke? Aber da habe ich gecheckt. So, okay, eigentlich hast du ein bisschen... Diese Gurke, diese Melone hat immer diese erfrischenden... Ja, ich mag das auch. Am liebsten habe ich das auch, wenn es so richtig heiß ist. Und erst mal so ein erfrischendes Gurkenwasser. Weil Gurke hat richtig erfrisch so, ne? Ja, mit einer Lemone. Ja, mit so einem Gurkenwasser mit einer Lemone. Und dann findest du dich so reich. Okay, Leute, da sieht ihr das? Ja, die Farbe? Aua. Ich gucke. Nein, nein, guck nicht. Ich schummel nicht. Mh, mh. Okay, das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Kommen Sie bitte. Okay. Wow, oh mein Gott, Alter. Ich mache Augen auf einmal richtig so Vampir. Es ist hell hier, Alter. Ja. Ja, das passiert. Okay, das ist halt so, ne? Wenn du Augen zumalst... Ich bin ein Vampir. Okay, ich bin ready. Drei, zwei, eins... Für diese schmackigen Lippen. Cola. Ich brauche dich nicht mal küssen. Warum hat Cola so einen starken Geruch, Alter? Hat wirklich einen starken Geruch. Also, und ich habe viel angemacht an meinen Lippen. Und mich den geputzt auch. Und deswegen... Und ich trinke immer Cola. Also, das ist nur gelbe Zähne Cola. Das war, das war, äh, auf jeden Fall. Das war definitiv, dass das ein Cola-Loli war. Wie gerade gecheckt, Cola-Lolis riechen immer. Und die riechen auch alle gleich. Jeder Cola-Loli auf der Welt riecht gleich. Ich bin jetzt dran. Next round. Und wir haben auch gar nicht mehr so viele hier, Kinders. Nö. Nicht so viele mehr. Oh, scheiße. Ich muss meine Augen zumachen. Ja, das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Augen zumachen. Boom. Hm, den hier. Das ist ein geiler Arsch. Dankeschön, dankeschön. Das ist der. Und das ist übrigens natürlich nicht gesponsert hier. Nichts schwer da heißt so, öö, Werbung, öö. Das ist keine Werbung, Leute. Keine Werbung. Leute, so macht ihr Lolis auf. Die eigene Werbung hier ist wie mein... Okay, ich werde jetzt... Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht gemacht. Augen zu wieder. Komplett zu. Warum hast du gerade Dings gezuckt? Mach zu, warum schummelst du eigentlich Sachen? Ich weiß nicht. Das ist so licht, hell. Und dann kommst du und machst so voll in meine Augen. Dann machst du deine Augen. Mach du zu. Mach einfach deine Hand vor. Oh mein Gott, Leute. Ich kenne doch deinen Trick hier schon. Hm, der ist gut. Ja, okay. Darfst du Augen aufmachen? Warte mal. Die Lolli schmeckt gut, aber du schmeckst besser. Danke, Alter. Ich meine, du bist so gut, ey. Ich kann perverse Kommentare jetzt machen, Leute. Ja, aber die Leute ja in die Kommentare schreiben, ah. Okay. Drei, zwei, eins. Augen. Ey. Warum? Ey, wie schummelt's? Das ist kein Kurs. Das ist das Ablecken. Ich mag dich Ablecken. Komm, lass mich nicht Ablecken. Küss mich doch einfach. Ablecken, ey. Nicht Ablecken. Klar, Ablecken. Du hast das Schummel. Wann, sag ich, wann küsst du so? Leute, das ist so unfair. Sie küsst, na, ah. Jedes Mal, wenn ich das mache, mache ich es so extra auf meine Lippen und so. Und ich schwöre, er macht dich da nicht an seine Lippen. Hab ich gemacht. Hast du nicht. Ich habe nur mehr. Und dann leckst du dich vielleicht ab und fett. Okay, warte. Dann noch mal eine Ablecken. Das ist so unfair. Aber es kann echt sein, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt war und einfach nur den Gelolli geloscht habe. Ja, das hast du. Das schmeckt dann nichts. Nur Haut. Liphaut. Okay. Nicht mit Zunge, du Schummlerin. Orange. Erstens, wie du sagst, Orange mit dem Orange ist so ein Hacken. Oder Apfelsinam, sorry. Zweitens, was war das für ein Blick gerade auf den Tisch, um zu gucken, welche Geschmäcker wechselt, du Schummlerin. Drei Minuspunkte für Hogwarts. Ultraschummler. Ultraschummlerin hier. Du weißt nicht, du sagst echt Orange? Ja. Oh, mach nochmal Augen zu, Alter. Ey, das ist schon traurig, weil das ist eigentlich so wie eine Cola-Anmeldung. So, jetzt aber. Wenn das jetzt nicht errätsam, weiß ich auch nicht, Alter. Nick, wieso riechst du? Du musst küssen, Alter, die Schummlerin. Fuller, Schummeln. Gibt es da noch einen Kuss heute? Also sie küsst auch so, dass sie komplett meine Lippe im Mund hat. Apfelsin, Orange. Ey, das ist der meist zitronenste Limonen-Lolly aller Zeiten. Wenn du mir das sagst, das schmeckt irgendwie nach Apfelsin, ne? Das ist auf jeden Fall, warte mal, eins, zwei. Das steht zwei, eins für mich. Drei, eins für mich. Drei, eins. Drei, zwei. Leute, es steht drei, zwei für mich. Okay, das, wir haben nur noch zwei. Wir müssen das jetzt anders machen. Wir werden beide Augen so machen und werden gegenseitig einfach... Ablecken. Ja, wir werden beide jetzt lutschen, weil das ist so die Finale. Wenn derjenige das jetzt schafft, kriegt zwei Punkte. Somit kannst du es schaffen, trotzdem zu gewinnen. Wir machen einfach auf. Es geht gar nicht darum, welche welche ist. Wir müssen aber gleich die lecken und lutschen so, ohne zu wissen, welchen wir haben. Und müssen erraten, welche wir haben. Boah, meine Erklärung war jetzt richtig mild. Lutschen ein bisschen rum. Ich will die Kleine. Ich tausche dir das mit Bananen. Okay. Leute, das ist so viel Bakterien hier. Eww, das schmeckt wie ein Sahnenarzt in Schweden. Okay, was wir jetzt machen, wir wechseln die einfach hinter den Rücken. Und ich schummel auch nicht, keine Angst, dass wir nicht wissen, welche welche ist. Wow, das ist so schwer. Diese Bananen sind so eklig. Okay, dann machen wir noch mehr dazu. Dann machen wir noch mehr dazu. Dann hast du es gelöst. Leute, dann habe ich jetzt mehrere Lollis. Ich habe jetzt vier Lollis und die letzte Aufgabe ist, zu raten, welche Lolli hast du. Du selber in der Fresse. Okay. Oh, nee, wir machen zwei. Aber man muss doch raten, welche zwei man hat. Noch geiler. So, Video achtmal geändert. Jeder von uns kriegt zwei Lollis. Okay. Augen zu. Und ich mache auch tatsächlich wirklich schummelig. Ich gucke hoch, halt jetzt, mach deine Hand. Ja, ich mach's halt. Nicht gucken, warum willst du? Du musst ja die Lollis auch in der Hand halten, oder? Also preisstecken in meinem Mund, ja? Ja, aber dann sehe ich ja, welche du hast. Okay, warte mal. Deswegen musst du es erst mal halten und dann versuchen. Okay, ohne dass wir schummeln. Okay. Hast du die? Ja. Und nicht schummeln. Ja? Okay, gut. Oh, ich habe fast nicht in der Kamera. Ich habe in der Kamera geguckt, aber ich habe nichts gesehen. Okay, ich habe zwei. Mach direkt in den Mund, damit du nicht siehst, welche das sind. Die Beine? Beide, beide. Sei es halt. Okay. Oh, ja. Okay. Wenn du nicht nackt, dann hast du. Ich habe... ...Uganze. Erdbeer. Okay, ich habe Melone und... ...den komischen Bananen. Oh, Lolli. Okay. Okay. Kohl raus. Zwei Punkte für beide. Das bedeutet... ...5 zu 4 für Simon. Gib mir die Wassermelone. Das ist geil, ne? Will ist die Frage. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Leute, jetzt werden wir mit Inisa natürlich am Start. Nette Dumme. Haut rein. Nette Dumme. Richtig. Genau. Nette Dumme. Haut rein, Leute. Peace. Okay. țeспone. Säge.